Upavishta Janubhujasana ist die sitzende Knie zur Schulterstellung, eine Variation der Hockhaltung. Du kannst die Fußsohlen auf den Boden geben und das Gesäß auf den Boden geben und die Knie an die Oberarme geben. Und das ist Upavishta Janubhujasana, die sitzende Knie zur Oberarmstellung, eine schön kompakte Stellung, mit der du dich mit deinem Inneren verbinden kannst und zur Ruhe kommen kannst.